Gut, dass ich dran denk. Wo baue ich die hin? Baue ich die nun da in meiner Hauptbasis? Ne, ich glaub da baue ich die nicht. Baue ich die hier Hüben hin? Hm, da ist so nah an der... ...Leperatur... Direkt in den Verteilungsgebäuden? Naja, nicht so weit an der Front, ne? Ich immer meine, ne, heute... Warum sei ich heute dauernd, ne? Ne, wa? Ne, ne? Nef, nef! Äh, was? Was glaub er ich jetzt schon wieder für'n Mist? Schauen wir mal, ob's reicht. Oder ob die Artillerie trotzdem gleich wieder losgeht. Einfach weil sie's können oder so, keine Ahnung. Ich kam, ich sah, ich feuere Raketen in die Fresse. Nein, das sind ja Granatgeschosses Scheiße. Egal, meine Artillerie schießt jetzt mit Raketen in mir, egal. Naja. Na komm, ratier die da mal aus. Hm, ich liest trotzdem, ne? Oder habt ihr jetzt geschossen? Habt ihr jetzt geschossen oder nicht? Hm, kann ich jetzt irgendwas Neues bauen? Glauben nicht. Egal. Ich kann drei da hinstellen. Da sieht's doch gut aus. Also, find ich jetzt. So, vermitteln Gefühle Sicherheit bei mir. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wegen der schlechten Wegfindung in der Hoffnung ist der Pfand. Artefakt entdeckt. Die selben Probleme. Oh Gott. Die sehen's trotzdem, schießen trotzdem drauf. Geil. Nein, eigentlich. Ach, das ist ein Artefakt? Was er nicht sagt. Das hört aber auf. Nein! Nein, er deckt's halt immer auf, ne? Artefakt wurde gefunden. Ja, kein nix machen. Okay, hab ich den Tom sonst abgerissen? Egal. Bauen wir mal wieder auf. Ja, gut, bringt nichts. Keinliche Basis ausgelöscht. Äh, welchen Commander? Zu spät. Oh, das war Gamma Team Mission 3. Warte jetzt! Kommander, wir haben Nexus besiegt. Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Nexus-Eindringungsprogramm haben es uns ermöglicht, das Programm zu isolieren, bevor es die vollständige Kontrolle über unsere Systeme erlangt hat. Wir löschen gerade alle Spuren von Nexus. Leider beeinflusst diese Aktion unsere Systemperformance negativ. Bleiben Sie auf Empfang, während wir diese Situation bereinigen. Wir empfangen gerade folgende Übertragung. Hier ist Team Alpha. Hier, Olaf. Hier ist Team Alpha. Wir benötigen sofort die Unterstützung. Wir liegen unter heftigen Beschuss durch Cyborgs, Laseranser und VTOLs. Wir haben versucht, unsere Stellung zu beziehen. Wir reden aber in einem Ungehalt. Wir haben uns in einem Tal bei diesen Koordinaten eingegangen. Wir erbitten Unterstützung. Übertragung der Koordinaten abgeschlossen. Commander, Einheiten von Team Alpha haben den Atomangriff auf die Alpha-Basis überlebt. Bringen Sie einen Kundschafter-Truck zu diesen Koordinaten und klären Sie die Lage. Es ist möglich, dass es sich dabei um eine weitere Falle von Nexus handelt. Vielleicht sind es aber auch Einheiten des Alpha-Teams. Wenn ja, retten Sie sie und eskortieren Sie sie zur Landezone. Missionsteimer aktiviert. Oh, spüren Sie ein bisschen Kindermädchen. Ja, toll. Egal, wir erforschen Laser. Flashlight. Okay, ich kriege einen Laser. Laser. Ich komme jetzt da drauf. Zip, 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 zip. Ach, die können ja immer noch... Hab ich das denn nicht zugemauert? Kann ich nicht zumauern? Was? Was soll das? Ist ja scheiße. Hoch 10. Komm, wir fertig mit dem Turm. Komm, komm, komm. Auf! Mach hin! Werd fertig. Nun mach schon. Konstruktion abgeschlossen. Mensch, 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 Mensch. Baut mal da noch was hin, komm. Komm jetzt rein mit. Nein, 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 nein. Oh, das wird jetzt wieder dauern, bis die unten sind. Mission 4. Ja, dann so langsam auch wieder mal Schluss für heute. Aber ich komme ja wieder. Ha, 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 ha. Ja, mich hört man so einfach nicht wieder los. Äh, Kommander. Kommander? Kommander? Konstruktion abgeschlossen. Kommander, hallo? Hallo? Könnt ihr mich hören? Ah, jetzt. Ist da oben noch eine Ölquelle? Nö, ne? Nö. Wo ist meine ehemalige 4? Fahr mal dahin, vielleicht hast du doch noch Öl. Öl. Schwarze Gold. Jupp. So, jetzt kommst du wieder nicht mehr rein, ne? Naja, war ja klar. Ist irgendeiner, das sich wieder ausmauert? Das war ja vorherzusehen, nicht? So, ich brauche... Moment, ich brauche noch zwei Fahrzeuge von drei. Ich brauche zwei, die dann gleich wieder alles aufbauen, da... ...womit's nicht so hart wird. Hart. Er hat hart gesagt. Höhöhöhöh. bei den Neuen gesagt ist, oder? Was tun hier da, wa? Hallo? Sollst du da rauf fahren? Wir hören halt nicht auf die Befehle, die ich dir gebe, sondern auf die Befehle, die ich dir gebe. Scheiße, bist du dämlich. Aber echt so scheißen dämlich, das gibt's gar nicht. So, sind hier sonst Bonner drin? So, da muss jetzt allen voran der Commander rein, nicht? So, und nun nehm ich mit, nun nehm ich mit, was nehm ich denn mit? Die, die schon ein wenig befördert sind gleich noch, jawohl, damit es es auch lohnt, wenn der Feind Asche aus meinen Einheiten macht. Nein, eins fertig ist gleich wieder da weg. Warum hab ich euch da rüber geschickt überhaupt? Komm halt her, du fährst auch noch mit. Ach, du bist schon mit, okay. Was sieht denn meine Einheiten aus? Alles klar, da können wir speichern, und zwar hier. Da kommt Fad wieder raus, ja. Ach, ihr bekommt's heute ihn nicht mehr gebacken. Und du fährst mal noch schnell dann auf. Vielleicht gibt's da noch Öl, gibt's da noch Öl? Nein. Schieb dir ein Öl ins Arsch. Ins Arsch, ja. Mein perfektes Deutsch. Meine überlegene Deutsch-Sprachkenntnische. Rot gibt mir wieder Radar-Daten, Orange auch noch. Oh, mein Transporter hängt ein bisschen in der Luft. Okay, Moment. Ich muss erst, erstes mal sofort den hier tun. Und anschließend, anschließend sofort sofort. Scheiße, da ist kein Platz. Macht mal Platz. So, Platz machen. So, Platz gemacht. Jetzt fahrt man ein bisschen beiseite hier. Damit ich hier bauen kann. Zwei, eins. Zwei. Dammt. Dammt, ich brauch drei. Okay, bringt alles nichts. Muss ich da drei bauen, so. Wo ist der Primärausgang? Da ist der Ausgang. Gut, Forschung, was ist der Vor- Ach, Dusch. Äh. Äh. Okay. Eins nach dem anderen. Wir kriegen das hin. Waffenforschung abgeschafft. Erzeugt und konzentriert Ladungsimpulse aus Laserenergie. Für Cyborgs. Das, was taucht. Oh Gott. So viele Waffen. Macht dir überhaupt keinen Schaden. So ein einziger Feuerrader. Na. Ich weiß ja nicht, dass die Reichweite ist ein wenig höher als geschützt. Ja, aber sonst. Na ja, mal schauen. Vielleicht kommt ja noch was. Oder wird noch mal verbessert. Oder was weiß ich. Konstruktion abgeschlossen. So, gut. Wir haben schon mal was zum Reparieren. Das ist immer ein guter Schritt nach vorne. Und wir machen erstmal hier alles wegen Papotio. Auch wenn's nix bringt, aber es knallt halt schön. Ja, doch. Es ist echt anschlussvoll, so ein paar Raketen reinzuschießen in... Oh Gott. Oh, die greifen mich an. Das ist ja unfair. Wer den... Oh komm, fahrt halt zu. Mensch. Jetzt greifen wir hier an und die schmachen nix. Ist schon wieder halb kaputt hier. Egal, ihr baut jetzt Tankkiller. So, und zwar hier mal ne schöne Reihe. Einwandfrei. Einwandfrei, einwandfrei. Und ich halt mich lieber wegen oben. Das ist mir ehrlich gesagt sicher, oder? Na komm, fahrt halt rauf. Können wir nur eine nach dem anderen fahren, ne? Ja. Genau. So, was haben wir da unten so? Was ist das denn für Stellung? Achso, Alpha Team hatte ja keine vernünftigen Wachen. Und ich hab keinen weiteren Transporte? Wie, das ist alles, was ich anfordern kann? Echt alles? Moment. Ich muss mit den Einheiten auskommen, oh Gott. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Gott, oh Gott. Das, was wird. Ich hoffe, ich verliere danach wieder meinen Commander wie, wie eine Mission, wo ich dann abgeben musste, oder was weiß ich. Gebäude wird angegriffen. Hahaha. Habt mir gedacht, ihr könnt mich jetzt einfach so platt machen, wa? Ja, ist nicht, Jungs, ist nicht. Ich baue noch ein paar Flaks. Bevor die mir zeigen, was die alles können und was sie nicht können, ne? Ne wa? Ne wa? Oh, kann ich denn da noch Flaks bauen? So. So. Konstruktion abgeschlossen. Ja, wenn die hier konstruieren, speichere ich nochmal. Und apropos speichern, wann, wie spät haben wir's denn? 47, ne? Ja, so langsam. Ja, Luftabwehr, sieht's schon mal gut aus. Oh Gott. Fremdliche VTOLs nagern unseren Boden fest. Hier konnten die Saibos und Panzer zurückschlagen, kommen aber im Tal nicht vorwärts. Können Sie versuchen, uns mit Einheiten der Luftabwehr zu unterstützen? Was? Was soll ich die denn jetzt herzaubern? Ich will mich aus dem Arsch ziehen, oder was? Warum will ich mir jetzt schon wieder was aus dem Arsch ziehen? Ich wollte mir doch vorigen als Sachen aus dem Arsch ziehen. Bedenklich. Bedenklich. Abgeschlossen. Einwand frei, jetzt krieg ich neue Waffen. Jetzt rechts sieht es, ich kann Luftabwehr gebaut, oder was? Ja, Moment, da bauen wir einfach nochmal schnell Willwind? Oder bauen wir direkt Luftabwehr hin? Ach komm, wir bauen direkt Luftabwehr dahin. Und schick noch Passt so hier Einheiten los.